Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, gickige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Diese Woche war es endlich soweit. Die große Huawei, die große Huawei-Show hat stattgefunden. Neue Hardware wurde vorgestellt, einiges wurde auch nur angeteasert. Und dann wurde auch Hongmeng vorgestellt oder Harmony OS, wie es bei uns im Westen heißt. Da könnte man jetzt so viel zu erzählen, was es ist, was es nicht ist. Ich fasse es ganz knallhart zusammen. Ja, es ist eigentlich ein Android-Fork, aber es stimmt nicht so ganz. Es basiert halt wirklich auf Android Open Source Project, beziehungsweise den offenen Teilen davon. Dann haben sie daraus ein eigenes Harmony Project gemacht, was wieder für andere Unternehmen attraktiv sein soll, das auch zu unterstützen. Vornehmlich, oder das ist alles erstmal nur China-spezifisch. Sie haben viel neues UI gezeigt. Sie haben viele Funktionen gezeigt, wo man sagen kann, das kennt man eigentlich auch sehr viel von Apple. Daran wurde sich ganz klar orientiert. Die Zukunft geht aber ganz klar bei Huawei dahin, ein eigenes Ökosystem zu erschaffen, wo man Huawei nicht mehr herausdrängen kann. Aber das, wie gesagt, erstmal nur für den chinesischen Markt. Alles, was man daran an Listen sieht, welche Huawei-Smartphones dieses Update auf Harmony OS bekommen, das betrifft uns hier nicht. Das ist China, China, China. Für die Altgeräte mit Google-Diensten ändert sich nichts. Für die neuen ändert sich auch nichts, weil sie es noch nicht drauf installieren können. Man sieht einfach diesen Wechsel, damit brechen sie es jetzt wirklich ab, zumindest in China. Jetzt wünscht man ihnen nur, dass sie da Fuß fassen können, weil da müssen sie die anderen überzeugen. Oppo, Vivo, also den BBK-Konzern, Xiaomi. Wenn die sich alle zusammentun und dieses Harmony OS mit einbinden, dann wird es interessant. Das ändert aber nichts daran, dass sie im Westen ohne die Google-Dienste, ohne die ganzen Apps, ohne andere westliche Anbieter, die das Ganze sehr wahrscheinlich nicht unterstützen dürfen, weil wir diesen US-Bann haben, immer noch gekniffen sind. Aber es gab auch neue Hardware. Nein, kein neues P50. Das wurde nur gezeigt. Lasst euch davon aber nicht in die Irre führen. Da waren zwei große Löcher. Das waren aber nicht die kompletten Kameras. Zumindest oben nicht. Da sah man dann die anderen noch mit eingeordnet. P50 wird es geben. Natürlich erst mal nur China-fokussiert. Aber auch da, und da sah man die Leute auf der Bühne, Richard war auch wieder da, sehr geknickt. Aufgrund der Sanktionen ist es, naja, müssen sie selbst den Staat oder die Ankündigung, dass sowas kommt, müssen sie deswegen verschieben. Ob es an Teilen liegt, wahrscheinlich. Die Hardware-Sache wird immer mehr ein großes Problem. Wir haben den Bann jetzt seit anderthalb Jahren. Softwaremäßig das eine. Da haben wir ja immer gesagt, zwei, drei Jahre, dann sind die unabhängig. Aber eigene Hardware, drei, vier, eher fünf Jahre, bis das auf die Kette kommt. Es wurde aber neue Hardware auch vorgestellt. Monitore, zwei Monitore, ein normaler hochauflösender 4K, was auch immer, Grafik-Design-Monitor. Schick gemacht. Und dann noch ein Gaming-Monitor mit Soundbar, die man anscheinend auch zusammenschalten kann. Dann neue Tablets, auch die schon mit HarmonyOS. Eine neue Uhr. Jetzt kommt das Zeug, was bei uns interessant wird. Die Monitore, die Tablets wahrscheinlich auch. Die Android, die Huawei-Uhr ist jetzt Huawei Watch 3 und 3 Po. Und Freebuds 4er dann auch noch. Dann hatten wir diese Woche ja noch die Horrormeldung. DHL klingelt nicht mehr. Clickbait rauf und runter teilweise. Wobei, so ganz stimmt es ja nicht, weil es stimmt teilweise ja doch. Für die Leute, die einen sogenannten Ablagevertrag mit DHL haben, da wird zukünftig nicht mehr vorher geklingelt. Da bringt der Bote das Paket direkt dahin. Wer trotzdem noch vorher sagen möchte, hey, klingelt doch mal. Der muss aktiv werden. In sein Kundenkonto gehen, da ein Häkchen setzen und dann wird nach wie vor geklingelt. Aber für die breite Masse, die sowas halt nicht haben, da bleibt alles beim Alten. Und bei diesen Ablageverträgen ist natürlich dann immer die Sache nicht einsehbar. Und nur sie wissen es und am besten kommen diese nur sie dran. Hat natürlich auch Vorteile, aber hat auch den Nachteil, nicht vergessen, ihr geht dann immer voll in die Haftung, wenn das Paket dann weg ist. Das auch immer im Hinterkopf haben. Ansonsten gibt es ja noch die Möglichkeiten in die Filiale, in die Pakstation schicken und sonst was. Aber DHL klingelt doch noch. Und wo wir Huawei eben hatten, WWDC. Apples jährliche Entwicklerkonferenz wird nächste Woche stattfinden. Also das Internet wird rauf und runter sein. Wahrscheinlich, ganz bestimmt, werden wir vorgeschmackt auf iOS 15 sehen, auf neue Mac-Software, auf iPad-Software. Hoffentlich tun sie mal was. Und wie es in den letzten Jahren immer üblicher wurde, es ist nicht mehr nur ein reines Software-Event. Nein, neue Hardware. Und Apple muss ja noch etliche Geräte weg von Intel auf seine eigenen Chips umstellen oder ankündigen zumindest. Ich glaube schon, dass wir etliches oder zumindest einiges auch an Hardware sehen werden. Auf jeden Fall, das Internet wird wieder voll davon sein. Wo das Internet auch voll war, United kauft den Nachfolger der Concorde. Ja, aber das dauert noch. Die haben jetzt wieder Überschallflugzeuge für den Normalbetrieb. Ja, das ist jetzt aber nur so. Wir kaufen mal in Zukunft 15 Stück. Ich glaube 2025, 2026 sollen die Dinger dann zum ersten Mal fliegen. Und vor 2029, also 2030 und, 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 heben die Dinger noch gar nicht ab, wer sich jetzt hier an Concorde-Zeiten zurückersehnte und sagte, ne, dreieinhalb Stunden, ich glaube London, New York oder LA oder was nicht alles, 200.000 kmh, was möglich hat. Ne, nicht 200.000, 2.000 kmh, was da möglich sein soll. Dauert noch. Und Twitter fängt an, jetzt seine neue Bezahlfunktion auszuliefern. Ich glaube, als Neuestes jetzt bei den Kängurus und ich glaube in Kanada jetzt auch, kostet dann, rechnen wir es einfach grob um, oder sagen einfach 3 Euro monatlich. Und dafür bekommt man Werbung nach wie vor. Also es ist kein Bezahldienst, um sich das Ganze werbefrei zu kaufen. Nein, es gibt so hauptsächlich ein paar neue Funktionen, wie eine Lesezeichenfunktion, wie, nein, ihr könnt immer noch keine Tweets ändern, nachdem ihr sie geschickt habt. Aber wenn ihr das wollt, wird ein Tweet nochmal für 30 Sekunden zurückgehalten. Dann schickt ihr ihn sozusagen ab, dann steht er da aber noch und dann geht der Countdown runter, 30 Sekunden, guckt man dann da drauf und kann ihn halt nochmal zurücknehmen, bevor er jetzt wirklich öffentlich einsehbar war. Im Endeffekt könnte man sich ja auch denken, okay, bevor ich einen Tweet rauslese, lese ich ihn nochmal und lese ihn nochmal und lese ihn nochmal und dann ist er in der Regel dann hoffentlich fehlerfrei. Aber es passiert ja wie so oft, man schickt ja doch was raus und dann fällt es einem später alles auf. Und das wäre doch eine sinnvolle Funktion gewesen. Und das dritte ist, glaube ich, noch so eine schöne Tweet-Zusammenfass-Funktion. Wir haben ja nach wie vor die Zeichenbegrenzung und dann gibt es ja auch andere Dienste, die dann Tweets einfach leserlich zusammenfassen, also mehrere in einer Linie. Und genau das ist dann auch in diesem blauen Haken-Abo-Dienst von Twitter mit drin und ist noch, ich sage mal, noch ausbaufähig. Aber für viele, viele freuen sich darüber jetzt wirklich, wenn es denn kommt, Twitter, ein Dienst, den sie ja lange gratis genutzt haben, auch jetzt mal Kohle geben zu können. Wobei ich erwähne, Twitter, werbefinanziert, Daten finanziert, das war nicht kostenlos. Und dann teasert Microsoft ja so ein neues Windows-Event am 24. Juni an und da kloppt sich jetzt das Internet. Wird es Windows 11 geben oder wird es Windows 11 nicht geben? Das liegt nämlich daran, Microsoft hat ja vor etlichen Jahren mal gesagt, Windows 10 ist die letzte Version, also Version-Version, die es gibt und dann gibt es nur noch Updates. Ob sie das Ganze jetzt rückgängig machen, ob sie das Ganze Windows 11 nennen werden, wobei ich mir auch denke, Windows 11, ja, nach 10 kommt 11, aber hmmm, oder nicht. Man muss sich noch ein bisschen gedulden. 24. Wie gesagt, dann ist die Katze aus dem Sack. Und wo die Katze jetzt auch endlich aus dem Sack war, Nvidia hat auf der Computex seine neuen Grafikkarten vorgestellt, beziehungsweise die TI-Version von der RTX 3070. Die ist schon ab dem 10. ab nächste Woche soll die schon in den Handel kommen für, ich glaube, 620 Euro und für 1200 Euro, das Doppelte, gibt es dann die 3080 TI. Ja, jetzt muggelt man, wird wieder was angekündigt, was man da nicht kaufen kann. Warten wir mal ab. Auch hier soll ja wieder gegen das eingebaute Crypto-Währung, meine, ja, Begrenzung sein, dass diese Karten halt uninteressanter wird für diesen Gebrauch und dass die Gamer mehr davon haben. Ich sag's mal so, ich glaube es erst, wenn man die Kisten dann wirklich sieht und was die dann bringen mit DDR6-Speicher und aufgebohrt und schneller, ob sie an diese alten TI wird. Ich lass mich einfach mal überraschen, bis wirklich Leute, die in der Hand hatten und dann auf Herz und Nählen getestet haben. Und noch schnell die Unterhaltung der Woche und das ist die vierte und letzte Staffel leider schon von Castlevania auf Netflix. Damit ist das dann abgehakt. Ich selber fange gerade erst damit an, kann noch nichts dazu sagen. Es sind wieder zehn Episoden. Ich freue mich ja sehr. Die Spieleparallelen waren dann doch irgendwie noch nicht so gar. Also ja, fünf Settings. Ach ja, und das ist das Schöne. Netflix hat angekündigt, es wird auch noch eine weitere Serie in diesem Castlevania-Universum geben. Aber wie gesagt, vierte ist jetzt, glaube ich, auch schon seit zwei Wochen verfügbar. Damit war es das dann. Und zur Feier des Tages, wobei ich nicht weiß, was wir feiern, gibt es noch ein altes QWERTY. Die Katze im Weltraum. Wobei, ist sie im Weltraum? Ja doch, die Sterne spiegeln sich. Und das soll es gewesen sein. VTiers 5, Folge 499 ist vorbei. Euch allen einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Direkt abgelegt. Wer trotzdem vorher mal geklingelt wird, vielleicht ist ja, ähm, geklingelt werden möchte. Nein, der voll.